The Open Stage Berlin gibt es jetzt in einem neuen Format. Ein 360 Grad Urban Mapping der Berliner Musikszene. Es gibt viele Musikrichtungen in Berlin und Gelegenheiten, unterschiedliche Soundkulturen anzutreffen. 1. Mai, Fête de la Musique, Open Airs und mehr. Stell dir einen Live-Auftritt als Video in 360 Grad vor. Kannst du dich entscheiden, was du dir anschauen möchtest? Singer, Drummer, Visuals oder die Umgebung? Zeitgleich und interaktiv.